Und damit willkommen zu einer weiteren TTTTTTTTTT-Folge, mit drei anderen Verdächtigen, Fund, Matze und Tabby. Highly, hallo. Gern dir Bruder. Und ich will nicht ins Haus gehen, das ist so... Oh Gott, ich geh da nur rein und es tut ihnen auch weh. Was ist im Solz? Warum sind die Bordsteinkanten? Ich bin im Haus gespawnt, und hier war da ein Spiegel und ich dachte, da wäre jemand von euch. Ja, das bist du. Das hatte ich vorhin auch gedacht. Aber wir sind ja noch bei Preparing. Du hast da was im Gesicht. Es war Schmerz. Ich schlage deinen Salat. Nein! Nicht den Salat. Ich hab deine Nase. Das war ein Unfall. Du warst ein Unfall. Es ist so funny. Ich bin innocent. Ich mag Züge. Ja, Klassik. Ich hab den Kuchen gebacken. Mit welchem Geschmack denn? Kuchengeschmack. Der Keller? Der Keller ist echt creepy. Was für ein Keller? An der Garage hinten. War das ein Keller? Ja. Ich hatte das früher mal ein bisschen gesehen. Aber so gut kann ich mich nicht ausprobieren. Da war eine Seife. Ja, irgendwo ist die Seife. Es ist nur ein bester Geflogen. Ich hab dir mal eine eine Seife geführt. Ja, ich dachte, ich lauf weit genug außenrum hervor. Ja, wow. Oh Gott ey, mir sollte in den Spectator-Modus nicht da unten gehen. Ach du Scheiße, Hilfe. Ich will meinen Spectator-Modus da unten. Ach Scheiße, nicht mehr. Ja, dann musst du sterben. Ich bin schon gestorben, aber war zu langsam. Ja. Boah, ich hab so richtige Rotzwaffen. Oh, ich muss schnell weg. Wo ist jetzt der Keller? Immer noch bei der Garage. Neben der Garage. Ah. Hinter der Garage. Ja, neben der Garage. Achso, hä? Keine Ahnung. Ich hab einen Eingang hinter der Garage gesehen. Bin schon wieder. Ich fände keinen Traitor mehr. Ja, verständlich. Ich bin ein Eingang innozent. Ich bin wirklich lange kein Traitor mehr. Wie immer. Äh, Hisky. Hier ist Hisky. Ja. Der schreck mich nicht so. Oh, weiter. Ich wurde gerade hochge- Oh. Elektro-laser-day. Okay, cool. Weil ich lebe noch. Elektro-laser. Ich muss raus, ja. Wer hat geschossen? Ich. Wer hat... Hi, Hisky. Ich bin hier bei Hisky. Ja. Aua. Fallschaden. Äh. Leiter. Au. Ist das weh. Wer hat gefurrt? Ja, das hast du. Angehört. Das macht sie. Bis geht. Äh, wo? Ich muss rum. Ja. Hast du Fallschaden bekommen? Ja. Ja, hab ich auch. Kann ich dir trauen? Nein. Dann können wir... Nee? Nee. Sollen wir uns nicht verbinden und andere abschießen? Ich schieße es einfach. Pass auf. Boom. Nein, Spaß. Ich hau ab. Tschüss. Oh Gott. Du kriegst falsch ab. Hi. Ich hab... Ich bin auch sehr gejumpt. Ja. Oh, ich hab ne Diekel. Hisky gewählt. Achso, die hab ich schon ausgeweht. Hisky, Hisky hat ne Schwulfrinter und kommt die ganze Zeit zu mir nach. Warte, ich hab noch ne USP. Was macht ihr denn andauernd? Ich bin hier nicht runter. Ich glaub, Hisky will mich umbringen. Warte mal, äh. Bisko. Aber Matze, du lebst noch, ne? Matze? Matze? Ja, ja, er springt rum. Er macht Faxen. Ach, Nase juckt. Ah, cut. Blenders. Ah, Grunt. Hi. Hallo. Ja. Oh, Hisky, was hast du... Warum hast du da so ein Fass? Äh. Was passiert hier? Ist nur ein farbiges Fass. Was habt ihr gegen farbige Fässer? Wo hast du das her? Kannst du dir selber mit nem Propstick machen. So tight? Dankeschön. Maglito-Stick. Sicher? Ja. Warum läufst du einem hinterher? Was ist explodiert? Hör auf, mir hinterher zu laufen. Wenn ich mit der Farmers Ziele habe, ich das Gefühl, ich hab ne PS4. Oh, äh. Äh. Du bist mir hinterher gelaufen, du hast gesehen, ich war es nicht. Ja. Okay, Grunt. Ich war auch immer noch hinten. Was labert ihr? Was für Grunt? Hisky? Wieso lebst du noch? Ah. Hilfers. Wo wirst du die anderen tot? Die Tür klitscht. Alter. Was? Was ist denn mit der Tür? Ich bin hier sicher. Ich bin hier sicher. Ich kann auf die Zeit warten. Ja, ich auch. Hast du ein Death Note schon wieder? Ja. Ist es ernsthaft? Ja, du stirbst ein paar Sekunden, außer du kommst zu mir. Ich hasse dieses Death Note. Ich bin hier in der Garage. Ja. Glaube ich nicht, wenn du wirklich ein Death Note hast. Hallo? 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 Oh. Interessant. Oh. Oh. Interessant. Ja. Bist du zur Küche? Ich hab dir Kuchen gebacken. Nein. Warum nicht? Weil du mich mit dem Deathload angelogen hast. Ja, ich weiß. Wer kennt das noch? Bestimmt ist in der Kirche ne Falle. Naja, ich hab ne Doorbuster angebracht gehabt. Aber ja, hat nicht funktioniert gehabt. Damit hatte ich Matze getötet. Boah, das war mal knapp ey. Knapp, ja genau. Mit der Küche. Achso, war er in der Nähe? Der wollte gerade rein und hat sich das anders überlegt. Schade. Ja, weil ich das draußen gesehen hab, wie der Kühlschrank auf und zu gegangen ist. Ja. Aber nicht schlecht. Der Doorbuster war cool, ne? Boah ey, ich hab den gesehen und ich drück trotzdem E ey. Ich bin auch von der Seite rein, wo ich den gesehen hab. Wow. Das war dämlich. Das war wirklich sehr dämlich. Ich bin schon wieder unschuldig. Ja, ich bin auch unschuldig. Matze ist Killer. Killt mich bitte. Oh Gott, nein, nein. Mach das aus, mach das aus, mach das aus. Das war diese Simpsons-Sound. Oh. Mach das aus. Ja, ich hab das auch. Gott. Oh. Aus. Weiß nicht, ob das Copyright ist. Ich glaub schon. Wenn, da musst du zwischelabern. Lieg. War das ein Super-Disco? Nein, das war ein normaler Disco. Ein Super-Disco wäre viel schlimmer. Guten Tag. Sandkasten. Komm, lass uns Sandkasten, Freunde werden. Ich bin auch unschuldig. Dann mach ich den Sandkuchen und musst du den essen. Was ist das für ein Raum eigentlich? Wo? Welcher? Das war Grunt. Nein, Alter. Was für ein Grunt. Ich bin draußen. Linksseitlich. Machst du welcher Raum? Alter, komm mit. Meinst du den Keller? Ich bin draußen. Nee. Das reicht nicht. Ich hab nicht meine Schrotflinte oder was das war. Das ist eine gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ne Ska. Habt ihr gehört? Das ist ne Ska. Das war ich immer noch Matze, ne? Ich hatte jetzt auf das Fenster geschossen, um da durchzuspringen. Na? Wir haben mich sofort verdächtigt, ey. Das muss dann Matze sein. Egal wer es ist. Grunt ist es. Ja. Okay. Hötet mich. Komm, mach einfach. Okay. Tabby, bist du Traitor? Ja. Ja. Die ist tot. Dann ist es Grunt. Nein. Doch. Wieso ich? Ich hab doch nichts gemacht. Weil Dingels bei mir war. Ja für... Ich hab nichts ge... Alter, wieso schießt du auf mich? Ich hab nix gemacht. Ich hab halt wirklich nichts gemacht, ey, du Pisser. Tabby bist so gestorben. Tabby lebt noch. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das war so passend jetzt. Sorry. Oh Mann. Weil der war die ganze Zeit bei mir der Hiski. Ja, ich bin die ganze Zeit draußen rumgelaufen. Der hättest doch Tabby machen können. Ey, ich fand das komisch, dass du gesagt hast, du bist draußen, als ich dich gerade dringesehen habe. Vielleicht bist du auch schneller rausgegangen. Der hat mich angelungen. Unglaublich. Nein, ich war halt wirklich draußen. Ich bin schon wieder unschuldig, ey. Ich auch. Ich hab ne Pistole. Ich hab ne Pistole und laufe Grunt hinterher. Ja, mit Pistole. Ich hab Diegel-Munition aufgesammelt. Jetzt hat er Waffen. Kann man dir trauen, Grunt? Weiß ich nicht. Kann man dir trauen? Wieso ist das denn überhaupt da her? Was ist das hier im Napf? Also ich kann sagen, dass man mir vertrauen kann. Die Fahnenkreuze übrigens, ne? Die Zielfahnenkreuze hab ich auf rot gestellt. Was ist das? Ich hab's auf grün. Ich will das nicht drücken. Bei euch allen rot? Nö. Bei mir ist grün. Bei mir ist grün. Grunt, bei dir auch rot? Äh, jeder kann sich für selber machen beim Aussehen. Eigentlich hatte ich bei mir mal einen roten Punkt gehabt. Aber jetzt ist das irgendwie... Ey, das kann nicht sein, dass du immer auf gut Glück auf mich schießt, man. Nein. Nein, nein, nein. Das war aus anderen Gründen. Aus welchen? Äh, der Traitor hat sein eigenes Fahnenkreuz mit rot. Ach so ein kleiner Wichser. Oh, boah, du... Und die Innocenten haben immer grün. Was? Ernsthaft? Ja, aber was ist, wenn ich jetzt einfach gelogen hätte und gesagt hätte... Dann hätte ich gar keinen Schuss mehr, die beiden grün gesagt. Boah. Du hast das so sneaky, metamäßig. Also, ab jetzt würde das eh nicht mehr gehen, weil ich hab mein Fahnenkreuz auf lila gemacht. Jetzt geht's auch nicht mehr, jetzt fällt keiner mehr drauf rein. Ja, außerdem geht nur ein Wahl. Mein Fahnenkreuz ist grün. Das ist auch, äh, in Among Us gibt's auf einer bestimmten Map... Ja, das ist unglaublich. Gibt es ne Task, die, äh, entweder macht sie jeder oder macht gar keiner. Damit kannst du auch Trader dem, äh, teilweise überführen. Unglaublich. Weiß. Weiß ist auch rot. Schön. Hi, Grunt. Hi, Grunt. Vorsicht, Brandgranate. Wo, 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 wo? Wo machst du ne Brandgranate? Ja, ich, ich, wirf dir gerade den Schritt raus da. Jemand, schieß auf uns. Wer? Wer war das? Wer war das? Wo ist die Person? Wo? Ja, Grunt ist verletzt. Hey, warum schießt ihr? Was zum Teufel? Grunt? Grunt? Warum schießt ihr auf mich? Ich schießt aber nicht. Ich schießt aber nicht. Ich schießt aber nicht. So klingt der Schuss. Ich geh, lass mich raus! Äh, Scheiße! Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Ich will das nicht. Ich geh jetzt durchs Fenster. Tschüss. Matze war's auf jeden Fall nicht, weil Matze war mit dem Rücken zu mir. Und ich kam von hinten. Haha, ey, ey, ey. Ich lach nicht. Gott, ey. Scheiße. Wo ist die hin? Grunt, warum hast du einfach geschossen? Weil ich immer noch glaube, dass du's bist. Klar. Baby, bist du Traitor? Ja, weil du warst hinter uns und Matze war vor mir und ich wurde von hinten angeschossen. Grunt ist aber auch verletzt. Ich bin auch verletzt. Bin nicht verletzt. Ich hab mich grad auf dich geschossen. Okay, jetzt bin ich verletzt. Ja, ich bin auch zutiefst verletzt, dass du mich einfach so beschuldigst. Ich wurde grad zweimal einfach, äh, ja doch, zweimal einfach so hingebracht. Ich hab gar nicht geschossen. Oh, hi. Ne, ich bin's nicht, ich bin's wirklich nicht, ich bin's wirklich nicht. Hier ist die Tourette! Wo? Ja, dann ist, äh, Tabi war's nicht, Tabi ist hier draußen. Ja, ich hab's, äh, warte. Äh. Äh, das ist Grunt. Okay, Grunt ist es nicht. Matze ist es. Matze ist es. Wo ist er? Okay. Matze, wo bist du? Er ist unten im Keller. Die Waffe macht ja gar keinen Schaden! Die Jute Scheiße. Die Schatten für den Digge face. Scheiße, Dreck. Grunt, ich habe nicht geschossen. Ja, aber was hat dich dann von hinten angegriffen? Ja, dann wohl Matze. Bestimmt die Granate von ihm, oder? Ja. Ja, die geht's doch, er hat die doch... Ja. Ich bin so ein fieses Schwein. Ja. Genau dieser Augenblick kam halt eben auch irgendwann aus der Richtung halt eben, ne? War gut. Ich hab gewartet, bis er weggelaufen ist, deswegen. Na, ich merk schon, ey, seit Simpsons gehen alle nur noch auf mich, ey. Ja, es war dem sehr verdächtig. Das ist unbeabsichtigt wohlgemerkt, ne? Ja. Ich bin Traitor. Ich auch. Das glaub ich dem jetzt auch. Warte, Matze sagt nicht, oh, ich bin kein Traitor. Da, da wurde Doorbuster gelegt, das ist der Hiski. Wo ist er? Wieso, ich? Du bist... Wo ist er? Da, die Tür ist zu! Pass auf, keine Türen beöffnen! Äh, okay, ich öffne... Warum? Die Haustür, die Haustür ist... Warte, 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 ich mach die Tür hier auf. Nee, die nicht, die nicht, aber irgendwo wurde ein Doorbuster gelegt. Okay, wo denn? Wo, ich wusste, ich guck grad wo. Ich trau mich nicht, ich trau mich keine Tür zu öffnen. Ja, okay. Ja, ne, ich mach das auch nicht. Warte, ich mach die Tür auf. Äh, Hiski. Wo war das? Wo war... Hier ist eine Tür zu, ich geh da nicht hin. Ja, oben wahrscheinlich, oder nicht? Ich glaub, der... Ja, hier oben sind anscheinend alle offen. Meint ihr diese Bombenstarten in den Türen? Oh, ja. Oh Gott. Warte, 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 warte. Dann war das Gratianabo. Ey, was war der Tippe? Ja, ey, ganz ehrlich Matze, jetzt komm her, ich bring mich hin. Ich hab keinen Bock mehr auf deine Spielchen. Oh Gott, ich, 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 hör auf. Alter, hör auf! Okay, Matze war's nicht. Okay, Matze war's nicht. Haha, Tabby schießt einfach... Oh mein Gott, das ist Hiski. Hä, wie hast... Sieh! Ja... Ich hab... Tschüss! Ich hab... Ja... Ich hab... euch... Ich hab... Es ist günstig... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Komm her Bist du Ich wollte gerade sagen, dass ich Vorhin im Spectator-Modus gesehen habe Als Hiski schon mal Traitor war Dass er diese Bombe an die Tür Gepackt hat und die Tür öffnen konnte Ja, wenn ich dukst Wollte ich gerade sagen Deswegen, ja Achso, ja Komm Tokio Aber gut, das war's mit der Folge Ich war doch, oder? Ja, gut, dann vielen Dank für das Sein Fall, dass euch der Part gefallen hat Wir hören uns bei der nächsten Folge Vielleicht nicht wieder Tschüss Ja, ich war's mit dem Ich war's mit dem Ich war's mit dem Ich war's mit dem